Silvana Wollny plaudert aus dem Nähkästchen. Jetzt spricht sie offen über ihre Schwangerschaften und die anstehende Hochzeit mit ihrem Verlobten Florian Köster. Silvana Wollny ist stolze Mama von zwei Töchtern. 2013 kam Selina auf die Welt. Sechs Jahre später machte Anastasia das Familienglück perfekt. Jetzt spricht sie offen über Beschwerden in der Schwangerschaft und die Hochzeitspläne mit ihrem Floh. Silvana Wollny spricht Klartext Bei einer Fragerunde auf Instagram wollte ein Fan wissen, was Silvana für Tipps gegen Schwangerschaftsübelkeit hat. Schließlich war sie bereits zweimal schwanger. Doch Silvana hatte kaum Probleme in den neun Monaten. Da hatte ich echt Glück mit. Bei Selina überhaupt nicht, sondern eher Sodbrennen, erinnert sie sich. Bei Anastasia hatte ich am Anfang mit Übelkeit zu kämpfen, aber es hielt sich im Grenzen. Ich habe leider keinen wirklichen Tipp dafür. Einmal in Plaudas Laune verrät Silvana noch mehr private Details. Seit Jahren ist sie mit Florian Köster verlobt. Doch die Hochzeit fand bisher noch nicht statt. Oder doch? Nein. Noch nicht, stellt sie klar. Aber zu meiner Verteidigung? Er hat mich zehn Jahre auf den Antrag warten lassen und jetzt lasse ich mir Zeit. 4 Stopp. 5 Stopp. 5 Stopp.